cheerleader klar 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 spreker hoch machen wir kommen können wenn wir mal wieder auf diesem versاز unser erweiterung en klingen Runde Se çıkariert Okay, wie ich bin heute Slaterio, habt ihr, ich hoffe ihr habt das Video, äh, 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 ähm, Slaterio mit Sieg gesehen, da war ich richtig gut, hab alle großen geküllt, aber bin dann irgendwie immer wieder gestorben. Und durch die Sieg, hab ich ein paar Tricks gelernt, die ich auch so anwenden kann und deswegen könnte ich heute vielleicht auch ein paar große geile Monster killen. Okay, ich hab ein paar, paar große gerade gekillt, also, ja, getötet und ich wurde jetzt ein bisschen größer und ich hoffe, hier stimmt jetzt gleich noch einer. Oh, 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 man, der nimmt sich alles. Den kenne ich jetzt, Alter, das hat er so verdient, oh, wow, oh. Okay, da sind wir wieder ein Vogel. Nervst du nicht? What the? Mann, 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 Mann. okay wir sind wir sind hier wieder bei einer Runde und den will ich killen bitte oh nein ich war zu klein ich kann nicht mehr boosten was alter ja sag mal ja den hab ich gekillt den hab ich gekillt so hart gekillt und den will ich auch killen wo ist denn dein Kopf alter oh mein das war knapp oh ich glaube der killt auch noch den anderen ja alles klar man ey das kann doch nicht sein das kann doch noch nicht sein da hab ich grad den gekillt und dann kam irgend so ein anderer Typ hat mich dann gekillt alter das kann doch nicht sein da hab ich grad den gekillt oh hack hacker du hacker alter ich bin voll der hacker okay meine freunde checkkraft ein bisschen aber oh no oh no oh no 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 nein nein Ich bin gerade erst gestorben wegen einem Lack. Alles klar. Okay, ich glaube, ich beende dann. Ich habe es einiges Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaue ich mir die Balle. Jetzt hat es ein Lack, das Video. Schaue zu meinem Kanal für mehr Videos, die ich froh getestet habe. Und dann nenne ich euch unsere Kanale, um unsere Nation zu betreten. Dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich es immer noch 3, 2, 1. So. Und übrigens, jemand hat gefragt, wie meine Freundin aussieht. So, so sieht man aus. Sieht sie aus. Ich habe die Augen weggestrichen. Ja, das sieht aus. Sie ist zwar 8 Jahre alt und ich bin 10, aber das ist nicht so unterschiedlich. Guckt mal, ihre Haare. Guckt mal, ich zeige es euch. Hier blond, hier braun, oder hinten rot. So, what the heck, Alter, die heckt ja. Mann, Alter, du sagst, Vogel. Okay. Ja, so sieht meine Freundin aus. Pfft, verrate das keinem. Also, dass ich sie jetzt gezeigt habe. Ohne Augenflot. Ohne das. Kapiert ihr? Kapiert ihr? Oder nicht? Keine Ahnung, kapiert ihr, glaube ich nicht. Ciao. Keine Ahnung. Und nebret ihr? ido